Hallihallo und herzlich willkommen zurück, yo, yo, yeah, aha, zu Watch Dogs, yeah, my nigga is in the house, check it out now, yeah, oh, sorry, Entschuldigung, wollte ich nicht. So, um einen neuen Bereich freizuschalten, müssen wir hier jetzt wieder mal das CDOS Kontrollzentrum hacken. Oh, hier kann man schon rein. Kann man hier auch schön Kameras kicken? Das wäre jetzt natürlich super Premium, aber anscheinend geht das hier jetzt gar gar nicht. Komm ich da hoch? Blut gefragt, aber nö. Nö, nö, nö. Komm ich voll hier nicht hoch. Muss ich wieder so meine Homies? Iiiiiiii. Vor allem der hat nix in der Hand. Sau, ey. Ja, jetzt fühlst du dich, ne? Wie ging einen Selbstmord? Hä? Versteh ich nicht. Guten Tag. Hey, dreh um und hau ab. Ja, ich geh ja schon. Ist ja gut. Ich suche ja nur einen Eingang zu euch. So, über die Waschmaschine nämlich. Ne. Steht da auch irgendeiner? Ach, da steht auch einer. Ja. Aha. Jetzt habe ich bloß Angst, dass man mich hier gleich sieht. Das habe ich mal nicht. Was ist denn hier los? Auf einmal alles auf Englisch, oder was? So, das bin ich. Aber das interessiert mich gerade jetzt nicht wenig. Hey, hab ich noch eine Kamera sucht. Nein, doch. So, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Die könnten wir theoretisch gleich mal wegsprengen. Dann ist der schon mal weg. Tschüss. So, mein Freund. Haha. Erschrocken. Aber jetzt brauchen wir erstmal unseren Cabo, der für uns den Code hat. Oh, oh, wo geht denn der hin? Ich habe jetzt Angst, dass die da hier... Oh, oh. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass die mich jetzt gleich finden. So. Irgendeiner von den Hansis muss ja hier irgendwas haben, ne? Noch nicht vorbei. Ne, eine Kamera wäre jetzt hier oben natürlich überhaupt nicht schlecht. Was geht denn hier denn hin? Das macht mir jetzt schon ein bisschen Angst. Jetzt tun wir mal die Zugangscodes. Da könnte noch jemand sein. Da hat er sie doch. Da hat er sie. Habe, habe du da. So, mein Freund. Nein, mit den Zugangscodes. Nur für's jetzt dieser scheiß Server. Irgendwo da hinten. Das Problem ist grad bloß, die... Ich hab da hinten auch wieder so ein bisschen Angst. Ich hab einfach bloß Angst, dass der mich gleich sieht. Oh, scheiße. Wie geht's denn hier rüber? Geh wieder rüber, bitte. Mach nur weiter. Ich hab einen guten Eifer. Ja gut, dann müssen wir's halt eben anders lösen, ne? Mit roher Gewalt diesmal. Ja gut, dann müssen wir's halt eben anders lösen, ne? Zugriff verweigert? Was wollt'n ihr jetzt? Was wollt'n ihr jetzt? Ich brauche Hilfe! Wir können Hilfe brauchen! Scheiße, jetzt bin ich auch noch... Oh, shit, 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 shit. Bille Sau, ey. Oh, shit! Boah! Dem, mit dem hab' ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Haben sie mich flankiert, die Schweine? Frechdachs. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, oh, meine Homies sind auch wieder dabei. So, jetzt mal gucken, ob wir da wieder irgendwie so richtig schön hinkommen. Wo war denn das jetzt? Ah, Entschuldigung. Meine Güte! Da wär' aber ein Lift, ne? Hm. Wo war denn jetzt mein Freund mit dem Zugangscode? Ja doch, oder? So. So, jetzt müssen wir mal schauen, wer ich hier Verstärkung rufen kann, weil... Der kann Verstärkung rufen, das ist schon mal nicht so gut. Aber die Tür ist diesmal offen. Sehr gut. So, wer hatte hier Spreng... Irgendjemand hatte doch einen Sprengsatz dabei. Hoppala! Was war denn jetzt das? Mit dem Stick ausgerutscht. Ich würde ja da schon gerne hingehen, ganz ehrlich, ne? Hauptsache ich komm' da irgendwie da hinten hin. Weil ich grad sagen muss, ich komm' da grad mit der Kamera überhaupt nicht hin. So, machen wir jetzt schon mal ein bisschen Druck. Peng! Hast du gesehen? Scheiße! Der hat jetzt springt. Hat der jetzt die Kamera kaputt gemacht? Ach, jetzt komm' ich überhaupt nicht mehr rein? Ach, scheiße. So. Das System ist wieder online. Oh, was ist denn jetzt passiert? Oh Gott. Jetzt gehen sie alle da hinten. Was ist denn hier passiert? Wenn ich jetzt hier irgendeinen sprengen könnte, ne? Ich wäre so glücklich. Hm. Kann der vielleicht mal ein bisschen näher da hingehen? Komm, geh mal da hin. Geh mal da hin, mein Freund. Der kann jetzt aber nicht kapieren, dass ich das bin, oder? Kann ich den einsperren? Bleibt in Bewegung! Was geht hier vor sich? So. Du bist jetzt erstmal da drin? Gut. Der versteht's glaube ich eh nicht. Das Problem ist, wir haben hier zwei Leute, die Verstärkung rufen können, ne? Und so ein paar Veteranen. Also ich würde wirklich am liebsten irgendwie da hinkommen. Wo geht denn der jetzt hin? Da draußen könnte noch jemand sein. Guckuck. Ich bin's. Ich will jetzt auch nicht einfach rüberklettern, wenn der dann halt noch da steht, ne? Na, genau. Nur für den Fall. Nicht nachlassen. Ich hab einfach Angst, dass der jetzt gleich wieder zurück geht. Oh! Irgendwann. Hm. Wann? Wenn ich da nicht in die Aufnahme passe? Oh! Oh! Von hier oben hat es einen Gebring. Ich habe echt Besseres zu tun. Seid vorsichtig. Ah, nein. Scheiße. Fuck, falsche Taste. Ah, Mann. Ich wollte das gar nicht. Shit. Shit. Ich wollte das gar nicht. Ach, nö. Ich bin da mal weg, ne? Doch, ich gehe hier jetzt. Ich glaube, wenn ich mich nicht mehr finden... Was ist hier noch Missionsgebiet? Was ist hier noch Missionsgebiet? Scheiße, hier ist auch noch Missionsgebiet. So. Hier ist kein Missionsgebiet mehr. Jetzt weiß man zum Glück nicht mehr, wo ich bin. Also, ich hoffe es zumindest. Ich bin doch jetzt weg. Wo geht denn der jetzt hin? Der muss jetzt vorausgehen. Was wird denn jetzt das, wenn es fertig ist? Wie weit geht denn der jetzt hier vor? So, mein Freund. Sind die jetzt alle noch in Alarmbereitschaft? Ach, scheiße. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt vermutlich nicht. Schalali, schalali, schalala, schalali, schalala. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. wie ich gerade es merke gehen sie alle weg wäre es vielleicht doch wieder möglich da vielleicht irgendwie wieder reinzukommen da ist ein weib verloren du stinkst nach katzenpisser sind die gesteigend Ups. Ein bisschen Spannfläche. So, dann holen wir jetzt noch mal die Liste runter. Dann schauen wir, ob wir es diesmal schaffen. So, was machen wir hier? Nicht unvorsichtig werden. Sucht weiter. Auf und hoch. Los. Er darf euch nicht in den Kopf. Komm, schon. Komm, zeig dich. So. So, meine Leute. Das war's dann wohl. Hahaha, habt ihr mich doch nicht gekriegt? Schalali. Entschuldigung. Ah, weiß. Er tut in letzter Zeit nicht so gut. So. Gehen wir da durch. Dann geht mal das hier rein. Und dann, zack, ist das Rätsel schon gelöst. Meine Güte, sind wir gut. Hacken? Was war das? Hacken? Oh, der RANDOM-Mailer. Okay. Also los jetzt. Ihr könnt das, Jungs. Alles ein Wittstein? 10 Millionen Dollar pro Jahr. Und ihr könnt keinen beschissenen Ball fangen? Hängt euch auf, ihr elenden Versager. Wahnsinn. Das CTOS nimmt tatsächlich jede Minute auf. Ja, das ist schon ziemlich krass. Und die Bürger haben keine Ahnung. Da, der nächste Bürger. Tja, ich glaube, die hatten gerade Sex. Und jetzt raucht sie. Prostituierte. Okay, ist alles klar. Wir wissen es. Sollen wir mal was zum Hacken? Schauen wir auch mal rein. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Oh, 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 oh. Naja, das ist... Nee. Ja, gut. Das war ich nicht. Das war irgendwas. So. Dann haben wir wohl ein neues Kontrollsystem und einen neuen Bezirk freigeschaltet. Jeha! Oh, Waffe wegstecken. Sehr gut. Haben wir wieder mal was geschafft? Was gibt's hier noch? Didi, 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 didi. Ein Gangversteck. Oh, naja. Wie ich mich da vorfreuen würde. Oh Gott, meine Stimme lässt gerade sehr schön nach. Ach, dass man hier nicht mit dem Steuerkreuz durchgeht, ist für mich so ungewöhnlich. Das ist echt komisch. So. Jetzt könnten wir eigentlich gleich mal zur nächsten Mission fahren, die eigentlich ja gar nicht mal so weit weg ist. Mit diesem hübschen Auto. Nicht hübsch, möchte ich natürlich sagen. Achtung, Kurve. Boah, perfekt. Läuft der wie ein Schnürchen. Hätte er nicht auch schon bei der Mission zu klappen sollen. Oh. Das macht die Nachtschicht. Oh, Vorsicht. Ich komme. So, geht's jetzt hier lang. Notdürftig. Müssen wir jetzt wo auf Klo gehen, oder was? Und ins Klo hacken. Weil im Klo eine Kamera ist, die uns dann beim Pissen filmen. Abgründe tun sich hier auf mit Watch Dogs. Das ist unglaublich. Gut, aber bevor wir mit dieser Mission anfangen, machen wir wieder ein kleines Folgenpäuschen. Ich hoffe, euch hat die Folge Watch Dogs wieder mal gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr auch wieder zum nächsten Mal einschaltet. Ja, somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.